Ja, erstmal schönen guten Abend. Ich habe heute mal Wäsche gewaschen. Also die Wäsche war eine Waschmaschine. Mal zweimal habe ich die gewaschen, weil ich sie vergessen hatte. Eins, zwei, drei lange Hosen. Zwei neue lange Hosen habe ich mir gekauft. Branded Blue. Und eine schwarze. Und eine kurze Hose habe ich mir auch gekauft. Die Chilas habe ich hier hingehängt zum Trocknen. Umgedreht natürlich. Darum auch. Fensters auf Kipp. Wir wollen ja nicht, dass da Schimmel kommt oder was. Und... Ja. Freue mich. Kurzer Zehn. Ich hoffe, die Nachbarn haben da nichts gegeben. Aber bis jetzt hat nie einer was gesagt. Lüftet durch. Perfekt. Bisschen Beispieler. Eineinhalb Kappen. Habe ich im Schlafzimmer. Äh, nicht im Schlafzimmer, sondern im Badezimmer. Habe ich hier auf der Fensterrand stehen. Neben meiner Scheuermilch. Softlagen. Eineinhalb Kappen. Perfekt. Eineinhalbfünfzig. Eineinhalb Kappen. Eineinhalb Kappen. Untertitelung des ZDF, 2020